Hallo alle zusammen, mein Name ist Melissa Karley und ich kaufe nur das ein, was ich brauche. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle Verkäufer und Verkäuferinnen auch, die an diesen Tagen für uns da sind. Aber Leute, hört auf mit diesen Hamsterkäufen. Es ist genug für alle da, also seid solidarisch, denkt auch an die anderen. Und bitte kauft nur das ein, was ihr auch wirklich braucht. Ich mach das nämlich auch. Ich mach das nämlich auch.